Bei mir ist der Heike Vogel, Trainer des FCB, Herr Vogel. Wie motivieren Sie die Mannschaft für solche Spiele? Ja, grundsätzlich ist es die Ausgangslage. Grundsätzlich bin ich sowieso der Meinung, dass Sie zwei Spieler von vier Abwehrkette stellen sollten, damit das Mittelfeld mehr nach vorne spielen kann. Und überhaupt, jetzt bist du an der Reihe. Wird FCB Trainer für einen Tag und zeig uns, wie du die Mannschaft einstellst. Mach auch du mit und wird FCB Trainer für einen Tag. Ander Mova vom 13. bis 22. April 2012. 1. 10.